Die größte Gefahr für ein gesundes Gefäßsystem in unserer heutigen Gesellschaft ist Arteriosklerose. Arteriosklerose ist streng genommen ein Sammelbegriff für verschiedene degenerative Gefäßerkrankungen und der bedeutendste Vertreter dieser Krankheitsgruppe ist die Arteriosklerose. Und das ist auch das, was man meistens meint. Dabei handelt es sich um krankhafte Veränderungen der Arterieninnenwand und der Gefäßmuskelschicht. Dadurch kommt es zu einer Verhärtung und einem Elastizitätsverlust in der Arterienwand und es entstehen Arteriosklerotische Plaques, die das Gefäßlumen verengen. In der Folge entsteht eine Mangeldurchblutung von Geweben und Organen und das schafft die Grundlage für viele verschiedene Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Im schlimmsten Fall kommt es im späteren Verlauf zu einem vollständigen Gefäßverschluss und damit zu einem Schlaganfall oder Herzinfarkt. Arteriosklerotisch bedingte Herz-Kreislauf-Erkrankungen zählen in den Industriestaaten, so auch in Deutschland, sogar zur häufigsten Todesursache überhaupt. Heute möchte ich darüber sprechen, warum der Granatapfel wie keine andere Frucht in der Lage ist, der Entstehung einer Arteriosklerose entgegenzuwirken. Zunächst müssen wir einen genauen Blick darauf werfen, wie sich eine Arteriosklerose überhaupt entwickelt. Durch das jahrzehntelange Einwirken der Risikofaktoren für Arteriosklerose kommt es zu einer chronischen Belastung der Intima, der innersten Schicht der Gefäßwand. Dazu zählen nicht beeinflussbare Risikofaktoren wie das Lebensalter, das Geschlecht und auch genetische Dispositionen, aber auch viele Lifestyle-Faktoren wie eine ungünstige Ernährung mit viel LDL-Cholesterin, Rauchen, arterielle Hypertonie, also Bluthochdruck, Diabetes mellitus, Übergewicht, Bewegungsmangel und auch psychosoziale Faktoren. Durch diese Risikofaktoren kommt es irgendwann zu einer Intima-Läsion, also zu einer Verletzung der innersten Schicht der Gefäßwand. Und in der Folge verlieren die Endothelzellen, die Zellen dieser Gefäßwandschicht, an der verletzten Stelle ihre physiologische Funktion. Und die Permeabilität, also die Durchlässigkeit der Gefäßwand an der verletzten Stelle erhöht sich. Die erhöhte Permeabilität ermöglicht es dann, dem LDL-Cholesterin im Blut in die subendothelialen Schichten der Arterienwand einzuwendern, also die Schichten unterhalb des Endothels. Bei normalen LDL-Konzentrationen im Blut wandern die Partikel frei in die Innenschicht ein und wieder heraus. Bei einem LDL-Überschuss im Blut hingegen bleiben sie allerdings dort leicht stecken und unterliegen einem Oxidationsprozess. Und diese Anhäufung von oxidiertem LDL in der Gefäßwand wird von den Endothelzellen dann als Gefahr gewertet. Und deshalb schlagen sie Alarm und schütten sogenannte Adhäsionsmoleküle aus. Diese Moleküle sorgen dann dafür, dass sich Immunzellen an das verletzte Endothel anlagern. Dadurch werden unter anderem Monozyten stimuliert, aus dem Blut in die Gefäßwand einzuwandern. Und im subendothelialen Raum, also unterhalb des Endothels der Gefäßwand, dort wo auch das LDL eingelagert ist, differenzieren sich Monozyten dann zu sogenannten Makrophagen. Die Makrophagen sind Fresszellen und deshalb beginnen sie auch sofort das LDL zu phagozytieren, also quasi zu fressen. Das Problem dabei ist aber, dass sich die Molekülstruktur des LDLs durch die Oxidation so verändert hat, dass es von den Makrophagen nicht mehr abgebaut werden kann. Und weil es hier auch keinen negativen Feedbackmechanismus gibt, können die Makrophagen nicht stoppen und phagozytieren immer mehr und mehr LDL-Moleküle, sodass sich im Zellinneren der Makrophagen immer mehr Fett ansammelt. Dadurch blähen sich die Makrophagen auf und entwickeln sich zu sogenannten Schaumzellen. Diese Schaumzellen bilden den Hauptbestandteil der atherosklerotischen Plaques, die das Lumen der Blutgefäße einhängen. Eingewanderte Makrophagen und Thrombozyten schütten zusätzlich Wachstumsfaktoren aus, die dafür sorgen, dass Muskelzellen von innen aus der Media, das ist die mittlere Gefäßwandschicht, ebenfalls einwandern. Diese Muskelzellen bilden dann zum Blut hin eine sogenannte fibröse Kappe, die den entstandenen Plaque stabilisiert. Und im Inneren des Plaques entsteht ein klar abgegrenzter Lipidkern, der aus abgestorbenen Schaumzellen besteht. Im weiteren Verlauf wird dieser Lipidkern immer größer, sodass auf die fibröse Kappe ein immer größerer Druck ausgeübt wirkt. Deshalb kommt es früher oder später zu einem Einreißen der fibrösen Kappe, einer sogenannten Ruptur. Dann lagern sich innerhalb kürzester Zeit Thrombozyten an diese Stelle an und es entsteht ein Blutgerinnsel, ein Thrombus. Und durch die zusätzliche Anlagerung von Kalksalzen an die gerissene Stelle bilden sich Verkalkungen, die die Gefäße dann noch weiter verengen, bis es zum vollständigen Verschluss dieses Gefäßes kommt. Dadurch erleidet das Gebiet, das ursprünglich von dieser Arterie versorgt wurde, einen akuten Sauerstoffmangel. Wenn das unterversorgte Gewebe dann abstirbt, liegt ein Infarkt vor. Und begünstigt wird dieser unschöne Verlauf durch eine endotheliale Dysfunktion im Bereich der verletzten Intima. Die Endothelzellen sind, wie vorhin angesprochen, eben nicht nur die direkte Barriere zwischen Blut und Gewebe, sondern sie haben viele physiologische Funktionen. Sie geben nämlich das Molekül Stickstoffmonoxid ab. Stickstoffmonoxid verursacht eine Erweiterung der Blutgefäße und reguliert so den Blutdruck. Außerdem verhindert Stickstoffmonoxid das Einwandern von Makrophagen in die Intima. Das bedeutet, es wird verhindert, dass sich Makrophagen anlagern, die dann LDL-Phargozytieren und sich zu Schaumzellen entwickeln. Und ohne Schaumzellen würden sich auch keine arteriosklerotischen Plaques entwickeln. Außerdem hemmt Stickstoffmonoxid die Thrombozytenaggregation. Das bedeutet, es würde im Fall einer Ruptur auch nicht zu so einer starken Trombenbildung kommen, also zu einer Bildung von Blutgerinnseln, die das Lumen der Blutgefäße noch weiter einengen. Stickstoffmonoxid schützt also die Blutgefäße und wirkt der Entstehung einer Arteriosklerose entgegen. Das Problem dabei ist aber, dass die Verfügbarkeit von Stickstoffmonoxid durch Sauerstoffradikale im Blut herabgesetzt wird. Das bedeutet, dass oxidativer Stress den Gefäßschutz durch Stickstoffmonoxid aufhebt. Die Gefäßerweiterung durch Stickstoffmonoxid ist dann eben nur noch eingeschränkt möglich. Es kommt zu einer vermehrten Einwanderung von Makrophagen und die Thrombozytenaggregation wird gefördert. Und dadurch wird eben die Grundlage geschaffen, dass sich eine Arteriosklerose bilden kann. Der Granatapfel ist jetzt in der Lage, an vielen verschiedenen Stellen anzusetzen und der Entstehung einer Arteriosklerose entgegenzuwirken. Und das möchte ich jetzt einmal aufzeigen. Bevor eine Arteriosklerose überhaupt entsteht, ist eine arterielle Hypertonie, also ein Bluthochdruck, einer der Hauptrisikofaktoren. Ein erhöhter Blutdruck führt nämlich langfristig zu einer Schädigung der Gefäßwand, die ja die Grundlage für die Entstehung einer Arteriosklerose ist. Das bedeutet, durch eine Senkung des Blutdrucks in den physiologischen Bereich wirken wir der Entstehung einer Arteriosklerose präventiv entgegen. Und da hilft uns der Granatapfel durch eine Senkung der Aktivität des Enzyms ACE. ACE führt nämlich indirekt zu einer Vasokonstriktion, also zu einer Verengung der Blutgefäße und damit zu einer Erhöhung des Blutdrucks. Deswegen werden in der Therapie von Bluthochdruck auch sogenannte ACE-Hämmer eingesetzt, die dieses Enzym hemmen und somit eine Gefäß erweiternde und blutdrucksenkende Wirkung haben. Und der Granatapfel ist quasi ein natürlicher ACE-Hämmer ohne Nebenwirkung. Das sehen wir in dieser Studie. Hier hat man den Teilnehmern mit erhöhtem Blutdruck zwei Wochen lang täglich 50ml Granatapfelsaft gegeben, was ja wirklich nicht viel ist. Und hat sich nach zwei Wochen die Aktivität von ACE im Blutserum angeschaut. Und dabei hat man festgestellt, dass die ACE-Aktivität im Blutserum bei 70% der Teilnehmer um durchschnittlich 36% gesunken ist. Und diese Hemmung von ACE hat sich auch entsprechend deutlich auf den Blutdruck ausgewirkt, sieht man hier ganz klar. Und das nach nur zwei Wochen Granatapfelsaftkonsum und nur 50ml Granatapfelsaft. Wenn wir jetzt aber mal einen Schritt weiter gehen und davon ausgehen, dass es trotzdem nach jahrelangem Einwirken der Risikofaktoren zu einer Schädigung der Gefäßwand gekommen ist, dann führt im nächsten Schritt ein erhöhter LDL-Cholesterinspiegel dazu, dass sich das Cholesterin in die beschädigte Gefäßwand einlagert. Und hier wickt der Granatapfel entgegen, indem er das Gesamtcholesterin im Blut signifikant reduziert. Gefährlich wird es dann im nächsten Schritt, wenn das LDL-Cholesterin in der beschädigten Gefäßwand oxidiert, weil es dann die Produktion von Stickstoffmonoxid reduziert und weil es Makrophagen anzieht, die das oxidierte LDL dann phagozytieren, also fressen und sich dadurch zu Schaumzellen entwickeln. Die Makrophagen werden aber nur zu Schaumzellen, weil das LDL oxidiert ist und so modifiziert wurde, dass es von den Makrophagen nicht mehr abgebaut werden kann. Das bedeutet, wenn man die Oxidation des LDLs verhindert oder reduziert, wirkt man der Entstehung von Schaumzellen entgegen. Und genau das macht der Granatapfelsaft, und zwar über eine Erhöhung des Enzyms Paraoxonase. Paraoxonase ist ein mächtiges Enzym, weil es oxidierte Lipide, sowohl LDL als auch HDL, metabolisiert, also auflöst, bevor sich diese schädlich auswirken können. Und die Wirkung des Granatapfelsaftes auf die Paraoxonase-Aktivität ist wirklich heftig. In dieser Studie hat bereits die tägliche Einnahme von 50 ml Granatapfelsaft für ein Jahr zu einer Erhöhung der Paraoxonase-Aktivität um 83% geführt. 50 ml, das ist fast nichts. Ein Saft aus Orangen und Karotten hat im Vergleich dazu nur zu einer Erhöhung von 8% geführt. Wie krass dieser Effekt ist, wird deutlich, wenn man sich anschaut, wie stark sich zum Beispiel Ausdauersport, der ja bekannt ist für seine positive Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System, im Vergleich dazu auf die Paraoxonase-Aktivität auswirkt. In dieser Studie haben 85 Minuten Ausdauersport pro Tag für vier Wochen zu einer Erhöhung der Paraoxonase-Aktivität von ca. 50% geführt. Das bedeutet, wenn man jetzt mal den Zeitraum außen vor lässt, sind 50 ml Granatapfelsaft am Tag im Hinblick auf den Gefäßschutz durch Paraoxonase effektiver als 85 Minuten Ausdauersport. Deswegen sollten wir jetzt natürlich nicht aufhören, Sport zu machen und nur noch Granatapfelsaft trinken. Das ist natürlich Quatsch, weil Sport auch noch auf vielen anderen Wegen gesundheitsfördernd wirkt. Aber wenn man eben nur auf die Paraoxonase schaut, dann ist diese minimale Menge an Granatapfelsaft schon so effektiv wie Ausdauersport. Dazu kommt, dass Ausdauersport nur bei Gesunden zu einer Erhöhung führt, also ausschließlich präventiv wirkt. Bei Patienten, die bereits an einer Herzerkrankung aufgrund von Arteriosklerose leiden, konnte man durch Ausdauersport kaum noch eine Erhöhung der Paraoxonase-Aktivität erreichen. Das sieht man hier auf der rechten Seite ganz deutlich. Der Granatapfelsaft hingegen kann sowohl präventiv als auch therapeutisch eingesetzt werden, weil in der Studie, die ich da vorgezeigt habe, sogar bei Patienten mit einer fortgeschrittenen Arteriosklerose zu einer Erhöhung der Paraoxonase-Aktivität geführt hat. Ich habe ja vorhin gesagt, dass die Paraoxonase so wertvoll ist, weil sie oxidierte Lipide metabolisiert. Um in 83% mehr Paraoxonase müsste dann ja entsprechend der Gehalt an oxidiertem LDL im Blut stark zurückgegangen sein. Und das war auch der Fall. Der Gehalt an oxidiertem LDL im Blutserum war um 90% reduziert. Das bedeutet, wir haben kaum noch oxidiertes LDL, was ja die Grundlage dafür ist, dass sich Schaumzellen bilden, die dann im Endeffekt auch die Arteriosklerotischen Plaques bilden. Das heißt, auch an dieser Stelle lässt der Granatapfelsaft der Arteriosklerose keine Chance. Wir gehen trotzdem nochmal einen Schritt weiter. Und zwar gehen wir jetzt davon aus, dass sich große Mengen an oxidiertem LDL in die Gefäßwand eingelagert haben. Das oxidierte LTL wirkt jetzt entzündungsfördernd und veranlasst die Endothelzellen dazu, sogenannte Adhäsionsmoleküle auszuschütten. Das sind übersetzt Anheftungsmoleküle, die dafür sorgen, dass sich unter anderem die Makrophagen überhaupt an das Endothel anheften können. Diese Adhäsionsmoleküle werden hochreguliert durch den Transkriptionsfaktor NF-Kappa-B. NF-Kappa-B sorgt also dafür, dass sich Immunzellen anheften können und somit eine Entzündung in der Gefäßwand entsteht. Der Granatapfel ist jetzt aber in der Lage, die Aktivierung von NF-Kappa-B zu hemmen und somit Entzündungen in der Gefäßwand zu reduzieren, die die Grundlage dafür sind, dass sich Arteriosklerotische Plaques bilden können. Zu einer ähnlichen Wirkung trägt das antioxidative Potenzial des Granatapfels bei. Das bedeutet, der Granatapfel ist in der Lage, die Konzentration der Sauerstoffradikale im Blut zu reduzieren und damit oxidativen Stress zu senken. Der Granatapfel enthält Substanzen, die direkt antioxidativ wirken, wie zum Beispiel Vitamin C, das heißt Substanzen, die die Sauerstoffradikale selbst neutralisieren. In dieser Grafik können wir das antioxidative Potenzial des Granatapfels ganz gut erkennen. Hier hat man den Granatapfel mit rotem Wein und mit grünem Tee verglichen im Hinblick auf die Fähigkeit, Radikale zu puffern. In vier verschiedenen Verfahren, deshalb die vier Tabellen. Und man hat das antioxidative Potenzial in zwei Maßeinheiten angegeben. Die Maßeinheit CEAC nimmt Vitamin E als Referenz und AEAC nimmt Vitamin C als Referenz. Und man hat vier verschiedene verarbeitete Granatäpfelsäfte genommen. Der erste ist frischer Saft, der zweite wurde aus gefrorenen Granatäpfelkernen hergestellt und die anderen beiden sind gekaufte Säfte. Man sieht aber, dass der Granatapfelsaft in jedem Fall ein deutlich höheres, teilweise sogar doppelt bis dreifach so großes antioxidatives Potenzial hat. Auf der anderen Seite enthält der Granatapfel aber auch sekundäre Pflanzenstoffe, die indirekt antioxidativ wirken, indem sie körpereigene antioxidative Enzyme stimulieren. Diese indirekt antioxidative Wirkung lässt sich mit den gerade genannten Verfahren im Reagenzglas aber nicht abbilden, weil hier eben körpereigene Enzyme berücksichtigt werden. Und hierfür, damit man eben auch dieses indirekt antioxidative Potenzial bestimmen kann, misst man den Gesamtantioxidantien-Status im Blut. Und das hat man auch gemacht und man hat bei den Teilnehmern nach einjährigem Konsum von täglich 50 Milliliter Granatapfelsaft eine Erhöhung des Gesamtantioxidantien-Status im Blut um 130% festgestellt. Wir haben also deutlich mehr Antioxidantien im Blut. Gut, jetzt ist die Frage, was hat das mit der Entstehung von Atherosklerose zu tun? Ich habe ja vorhin schon das Molekül Stickstoffmonoxid angesprochen. Es schützt unsere Blutgefäße, indem es unter anderem das Einwandern von Makrophagen in die Intima verhindert und die Thrombozytenaggregation hemmt. Im Optimalfall besteht ein Gleichgewicht im Blut zwischen Stickstoffmonoxid und Sauerstoffradikalen. Wenn wir jetzt aber an oxidativen Stress leiden und sich Sauerstoffradikale im Blut anhäufen, dann wird die Verfügbarkeit von Stickstoffmonoxid herabgesetzt und die Schutzwirkung vermindert. Der Granatapfelsaft sorgt jetzt aber dafür, dass wir mehr Antioxidantien im Blut haben, welche Sauerstoffradikale neutralisieren und oxidativen Stress reduzieren. Dadurch steht den Blutgefäßen bei regelmäßiger Einnahme von Granatapfelsaft wieder deutlich mehr schützendes Stickstoffmonoxid zur Verfügung. Dann schauen wir uns mal das nächste Stadium an. Die Makrophagen konnten also nicht an der Einwanderung in die beschädigte Gefäßwand gehindert werden. Sie haben jetzt das oxidierte LDL-Phagozytiert und sich zu Schaumzellen entwickelt. Und auch auf die bereits transformierten Schaumzellen hat der Granatapfel eine Wirkung. In dieser Studie hat man Diabetespatienten über drei Monate jeden Tag 50 Milliliter Granatapfelsaft gegeben. Und am Ende hat man festgestellt, dass sich die Menge an oxidierten LDL-Molekülen innerhalb der Makrophagen bzw. Schaumzellen um 71% reduziert hat. Und gleichzeitig haben die Makrophagen 39% weniger LDL-Moleküle aufgenommen. Das heißt, die Makrophagen sind durch den Granatapfelsaft weniger empfänglich geworden für oxidiertes LDL. Und dadurch fallen dann letztendlich die arteriosklerotischen Plaques auch kleiner aus. Wenn der Plaque im Krankheitsverlauf dann immer instabiler wird, kann es im schlimmsten Fall zu einer Ruptur, also zu einem Riss im Plaque kommen. An dieser Stelle setzt dann sofort die Blutgerinnung ein und es bildet sich ein Thrombus. Das bedeutet, es lagern sich Thrombozyten an die beschädigte Stelle an. Dieser Thrombus engt das Gefäßlumen weiter ein und kann im schlimmsten Fall sogar ein vollständigen Gefäßverschluss verursachen. Dann kann die Arterie das entsprechende Gewebe nicht mehr mit Blut versorgen und es kommt zu einem Infarkt. Deshalb wird eine erhöhte Thrombozytenaggregation, also eine verstärkte Anlagerung von Thrombozyten, mit einem erhöhten Risiko für Arteriosklerose in Verbindung gebracht. Und hier wirkt der Granatapfel entgegen, indem er die Aggregation, also die Anlagerung von Thrombozyten hemmt. Das sehen wir in dieser Studie. Hier hat man sich die Auswirkungen zunächst in vitro angeschaut. Man hat den Studienteilnehmern thrombozytenreiches Blutplasma entnommen. Diesem Blutplasma hat man eine steigende Konzentration von Granatapfelsaft hinzugegeben und Kollagen, um eine Anheftung der Thrombozyten an das Kollagen auszulösen. Das sieht man hier in der oberen Grafik. Und man hat festgestellt, dass die Thrombozytenaggregation dosenabhängig um bis zu 90% reduziert werden könnte. 90% Rückgang ist natürlich schon eine sehr krasse Wirkung. Ist aber eben nur im Reagenzglas der Fall. Das muss man fairerweise sagen. Man hat dieses Verfahren dann aber auch ex vivo durchgeführt. Das ist hier die untere Grafik. Das bedeutet, man hat den Teilnehmern vorab thrombozytenreiches Blutplasma entnommen, genau wie bei dem Verfahren gerade. Dann Kollagen hinzugegeben und die Thrombozytenaggregation gemessen. Dann hat man den Teilnehmern für zwei Wochen Granatapfelsaft gegeben und hat nach den zwei Wochen den Teilnehmern erneut Blut abgenommen und die Thrombozytenaggregation genauso gemessen. Und man hat auch hier einen signifikanten Rückgang der Thrombozytenaggregation um im Schnitt 11% gemessen. Wir sehen also, dass der Granatapfel in jeder Phase der Entstehung einer Arteriosklerose entgegenwirkt. Somit kann die regelmäßige Einnahme von Granatapfelsaft auch bei einer bereits fortgeschrittenen Arteriosklerose eine Wirkung erzielen. Ich habe jetzt ja über die verschiedenen Stadien der Entwicklung einer Arteriosklerose gesprochen, aber am besten nachvollziehbar sind die Effekte natürlich einer direkten Lumenvergrößerung der Arterien, also einer Vergrößerung des Hohlraums der Arterie. Und auch das hat man dokumentiert. Man hat den Teilnehmern einer Studie, die alle eine arteriosklerotisch verengte Halsschlagader hatten, für ein Jahr lang täglich 50 Milliliter Granatapfelsaft gegeben und hat dann im Nachhinein die sogenannte Intima Media Dicke gemessen. Das ist die Dicke der innersten und mittleren Gefäßwandschicht zusammen. Und man hat in dem Zusammenhang festgestellt, dass die Dicke von Intima und Media nach diesem Jahr um ganze 35% zurückgegangen ist. Bei der Kontrollgruppe, die also keinen Granatapfelsaft konsumiert hat, sind Intima und Media sogar um 9% dicker geworden. Ich denke, damit ist da noch alles gesagt. Entsprechend kann ich dir nur empfehlen, den Granatapfelsaft in deine tägliche Ernährung zu integrieren. Am besten natürlich frisch, selbst entsaftet mit dem Angel Juicer. Wer keinen Angel Juicer hat, kann aber auch gut auf eine manuelle Saftpresse zurückgreifen. Ich verlinke dir da mal eine gute Saftpresse für Granatapfel in der Videobeschreibung. Damit sparst du im Endeffekt sogar Zeit, im Gegensatz zum Angel Juicer. Alternativ kann man aber auch gut auf getrocknete Granatapfelkerne zurückgreifen. Ich habe da auch eine ganz gute Quelle gefunden für Bio-Rohkost-Granatapfelkerne. Die verlinke ich dir auch einfach mal ganz oben in der Videobeschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da und abonniere auch diesen Kanal für mehr Gesundheitscontent. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!